Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder unterwegs, diesmal im Hellen. Jetzt bin ich mit Mats und Luis da und hier wird ein neues Haus gebaut, glaube ich. Ich glaube hier rechts kann man runter. Ja, und wir fahren gerade eine kleine Runde durch Haarzopf und ja, genau. Let's go, viel Spaß mit dem Video. Achso, ja das hätte ich sagen sollen, stimmt. Ne, was ich noch sagen wollte an die Zuschauer. Wir sind jetzt bald wieder live auf Twitch. Ich guck mal, wenn ich es nicht vergesse, euch den Link vom Twitch-Kanal und vom WhatsApp-Kanal in die Videobeschreibung zu gucken. Wenn ich es vergessen habe, tut es mir leid, sonst einfach BikeJP überall suchen, findet ihr mich. Ah, tut es, ich weiß, wo wir sind. Und dann, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, ein Like dazu lassen, wenn es euch gefällt und jo. Und jetzt geht es diesen wunderschönen Berg hinauf, wo Mats mit seinem Dortwagen natürlich richtig Bock drauf hat. Do it. Genau. So, da sind wir da oben. Jetzt Richtung Haarzopf, da soll es einen Weihnachtsmarkt geben, ist schon was dunkler jetzt. Ja, guck mal. Wo ist das denn? Das ist das Saischein, wo es auch kommt? Oh, das ist das Saischein. Ich bin doch wo ich, wo ich. Stopp. Jetzt langsam. Hust es auch, aber hier war kein Weihnachtsmarkt, wollte ich noch kurz sagen. Die Sommerbuschstraße ist Wunder. Let's gooo! Wow! Matt will jetzt hier die Treppen fahren und da steht ein dicker Baum. Ich war jetzt auch gerade auf dem Mazda. Wann siehst du? Aua! Oder? Nee, warte mal.